Machen wir einen Sprung in heimische Gefilde, genauer gesagt in den Norden Deutschlands, mit einer 20 Mark Goldmünze aus dem Deutschen Kaiserreich, geprägt in Hamburg im Jahr 1900. Zu sehen ist das Stadtwappen mit Schildhaltern und auf der anderen Seite der Reisadler mit großen Schild bzw. mit großen Flügeln. Die Münze hat einen Durchmesser von 22,5 mm bei einem Gewicht von 7,965 Gramm und einem Goldgehalt von 900 Anteilen, also 900er Gold. Die Münze selbst hat eine Auflage von 501.367 Exemplaren. Und damit bis morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017